Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero, auch wenn wir gerade nicht Below Zero sind. Naja, von der Temperatur her schau. So, wir bauen uns jetzt da ein kleines Dock an unserer Oberworld-Basis. Haben wir alles? Wir haben alles. Oh, was wir noch machen sollten, für später. Okay, Titan haben wir jede Menge mit. Der Braus braucht zwei, dafür braucht man Lithium. Das haben wir leider nicht hier. Ich weiß nämlich nicht, ob wir genügend Integrität haben. Weil wir haben halt noch gar nichts dann. Wir sind zwar knapp unter der Wasseroberfläche, aber trotzdem. Oh, verdammt. Jetzt fällt mir halt was ein. Ah, wir hätten ja die hier bauen können. Noch einmal zurück. Ah, verdammt. Aber wir hätten das erst bauen können und dann raufgehen. Wird man den Weg gleich mal nutzen können. Beziehungsweise können wir das doch sogar, oder? Da haben wir unten schon gebaut. Wir müssten da eigentlich schon hinkommen. Wir haben jetzt zwei davon mit. Das bringt uns auch wieder ein bisschen Integrität. Oh, da fehlt noch die Leiter. Und da sind wir unten. Aber wir können den hier nicht durchbauen, verdammt. Aber wir können hier vielleicht einen Shot bauen. Ja, das können wir. Dazu bringt uns wieder extra Integrität. Oh. Kein Glas dabei. Schöne Polarlichter. Hilft nur leider für die Solarpanele nix. Schade, so ein Prozent könnten wir es doch ruhig hergeben dann. Auch wenn der Mond leuchtet ja auch runter. Das ist irgendwo ein Gewächshaus aus dem Kopfhahn. Okay. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und es ist über Wasser. Ein kleines Upgrade für unsere Basis. Ach ja, das wollten wir auch am Pflanzen dann. Und das Wasser. Ja, das wird Wasser, okay. Wir müssen ein paar Frische einkühlen. Okay. Wir haben die Batterien drin an. Natürlich zwei. Okay, können gleich mehrere drin wachsen. Das ist gut. Passt. Was brauchen wir jetzt für diese Ölkartusche oder Dings da? Wo auch immer das ist. Wo auch immer das ist. So, haben wir noch immer jetzt fertig. Ich dachte, das Aquariumabteil ist fertig. Ich dachte, das wäre umgekehrt gewesen. Komisch. Parallelprozessor. Kernbrennstab. Da. Oh, wir brauchen so ein Pflanzenbüschel und vier Gelsäcke. Na toll. Gelsäcke haben wir aber keine hier. Genau so wie die Büschel. Aber okay, das können wir schnell machen. Oh, da kommt die Qualisch aus dem Wasser. Also, wieder zurück zur Basis. Bevor wir wieder an Land gehen, werden wir noch was anders machen. Beziehungsweise, ja, wieder an Land gehen, aber woanders. Aber da gibt es jeder mehr Quarz. Na, nie. Na, nie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Was bauen wir dafür? Gelsack Hm Sollten wir wieder neu anpflanzen? So 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 Ich dachte das wäre dieser, der Platz gewesen, wo wir abgestützt sind, als ob die andere Basis, wo wir die Laternenfrüchte gefunden haben, aber ne, die Stütze am Delta ist ja was ganz anderes. Okay, da liegt ein Tom. Wie viele Seatrucks haben dich hier gecrasht? Hey, ich will doch den Kompass hier so nicht. Okay, haben wir schon. Du, lass unsere Seatrack in Ruhe. Sind sie nämlich nicht höchstpersönlich aus dem Land. Wir haben sogar eine Signalbuja hier. Könnte sein, dass wir sie noch brauchen. Schon eh für ein Bart. Und das ist gesund. Ah. Rufeisenstrauch. Essen. So. Rufeisenstrauch. Davon finden wir hier ein paar. Auf. Auto. structureds. Bilge. Wirkung. Oh, mehr Schwiebelkristall dann. Wenn man die Gebärde ist, dann kriegt das gar nicht. Autsch! Machen wir schon zu lange dort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber wo ist denn die Station? Also lange habe ich da noch nie gesucht. Oh, schaut auch gut aus hier. Sonderwunsch. Modifizierter Scanner. Er braucht mehr Duschköpfe. Was? 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 Oh, was? Oh, das ist, Alterra. You're out of bounds. I'm not with Alterra. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Warte! Wer bist du? Bleib weg, Familie! If you were to compromise your well-being, the species could go extinct. What makes you think she's hostile anyway? A little grumpy maybe, but who wouldn't be stranded out here alone? She did not respond to my distress call. And she is well armed. Maybe she's afraid of us. I have no desire to find out. Signal location uploaded to PDA. Another card. This is very practical. A card with different stations. This is Phi. This is the Omega Basis. I think we were there somewhere. We were just there. This is the station Delta. Then there is somewhere somewhere Omega. Ah, this is the Mine. Or a different sign. Omega is somewhere here. Oh yeah, we have to look for that. And this one is also interesting. For the last time, I'm not cheating. Then what's your theory? What's going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Allergies? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal Lilies. And if you gang up on me, I swear you're all fine. You're not even my boss. Oh, you're all so gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Parvin. Just look at him. What am I doing? I'm not doing anything. Let's just take this to a vote. All those who think Zeta's allergies are a bad case of alienitis, say intruder. 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 Danny? Oh, I'm just an observer here. I'm going to use my pass. Is there some kind of scientist conspiracy going on here? Zeta, Sam, Danielle? You three are suddenly very aligned. Or, like I said, Parvin is cheating. I'm starting to wish I was cheating. Jenny, you wouldn't believe the adventure I'm having. It's just like when we were kids and we used to play underwater city. Only, sea monsters aren't pretend, and I don't need to hide behind you when one swims by. Because I'm safe in my sea truck. Safe and very, very brave. Please tell Dad for me. Thanks so much for the mustache kit, by the way. To be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low-maintenance guy to begin with. But you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For a while there, someone was sabotaging my truck, and I thought I was seeing things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Anyway, love you Jenny and Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. And don't worry. I'm looking for the perfect fish to bring back as a gift. Your favorite! Good friends, that's all for this part. I thank you again for watching. See you next time. Ciao!